Hallo und herzlich willkommen zurück zu Justin Wreck and the Big Time Hack. Ja, in der letzten Folge haben wir uns eine teuer aussehende Gitarre geholt. Ah, ich weiß schon, was wir damit vorhaben könnten, beziehungsweise machen könnten. Wir haben ja immer noch unseren großen Plan, wie hieß das nochmal, ein großer Hipster, glaube ich, zu werden. Da müssten wir jetzt mal schauen. Yeah, Alter. Da war es, glaube ich, oder? Ne, Moment. Laden an der Ecke? Nee, nein, 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 nein. Ich habe mich doch nicht vertan. Das ist die Pfandleihe, soweit ich mich erinnere. Das ist nicht die Pfandleihe. War die hier links? Pfandhaus, da, genau. So, mal schauen, ob wir die jetzt gegen einen großen Batzen Geld eintauschen können. Yo, Libby, schau mal an das. Hm. Ich habe es auf guten Autorität, dass es ist. expensive looking. Well, it may be expensive looking. To a layman. To me, however, I've got to say, it's not all that impressive. Well, I kind of had my heart set on a big bunch of monies. Oh, I bet you did. Tell you what, though. Ach du Scheiße. Ähm... Ja, das glaube ich nicht, wird dann wahrscheinlich das Ganze abbrechen, obwohl ich natürlich selber nicht dran glaube. Ich sag mal, okay, denke ich. Okay, ich glaube. Deal! Okay, schön, dass du das Geschäft mit dir machst. Oh, übrigens, wir haben eine strikte No-Returns-Policy hier in der Shop. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Naja, es ist halt... Dieses Spiel, kann ich mir einer aussuchen? Nö. Ich hoffe, das war ein guter Trade. Naja, ich weiß ja nicht. Eine Schaufel, aber wenn wir jetzt eine Schaufel haben, dann schauen wir mal. Wir können aber die Schaufel nicht zufälligerweise... Ich will das nicht reinwerfen, okay. Ähm, wo war denn... Ich glaube, das war hier durch. Und hier hinten ist der Park, ne? Können wir doch mal direkt gucken, ob das funktioniert. Ja, perfekt. Was? Was? Hm. Nicht fair. Nach allem, was ich durchgebracht habe, um hier zu kommen. Erst habe ich alle diese Gitarre-Style gelernt. Einen langen Monolog später. Nur, um die Schaufel zu verbraten in meinen Händen zu haben. Oh, wer bist du denn? Great. Another tiny Dino. Probably here to gloat over my setback. Der ist hässlich, aber irgendwie auch niedrig. Yeah, what? Aber er mag uns nicht. Dinos. Okay. Hallo, Hündchen. Das ist ganz toll. Ähm, können wir mit dem Typen hier sprechen? Hi, friend. I'm Clute. Hi there, Clute. I'm Jason. And this here is little Arroyan. Are you saying you are the master of this tiny Dino? Come again? Is this Dino bossing you around? Or have you revolted and overthrown your former master? Well? He's not bossing you around, is he? No. Good for you. Where I come from, they boss around people like you and me all the time. Telling us what to eat, how to dress and whatnot. Äh, okay. Ich hätte nicht gerade jetzt einen Schluck von meinem Tee nehmen sollen. Ähm, der denkt wahrscheinlich auch, dass wir total verrückt sind. Warum solltest du einen kleinen Dino um dich haben? Warum würdest du einen kleinen Dino um dich haben? Oh, sie sind das Beste. Beste an was? In den Kuhlern? Okay, er ist gut im Knochen vergraben. Das ist doch schon mal ein guter Hinweis. Wir haben ja einen Knochen. Bevor du rebelliert hast, hat er da versucht, dich zu essen? Well, as a puppy, he did chew on a lot of things. Never a good sign. Where I'm from, people like us tend to disappear overnight. Really? Yep, every morning there was one less of us around. It's not like I have any hard evidence, but let's just say that I never saw our Dino Masters eat anything. Yet they never seemed to be hungry during the day. That's... quite a story. Mm-hmm. So even though this little Orion fellow may look harmless, I wouldn't turn my back on him if I were you. Ja, ich würde auch nie dem Hund einem... dem Hund einem Rücken zudringen, genau. Take care, Jason. And remember, don't turn your back on that thing for a second. Eh, okay. You have a nice day too, Clute. Er denkt sich jetzt wahrscheinlich, dieser Kerl, der hier nackt rumläuft, nur mit einer Schürze bekleidet, der muss einfach aus dem Irrenhaus abgehauen sein. So, das ist allerdings ein Hühnerknochen. Mal gucken, ob das funktioniert. Hey, Dino, you like bones, huh? Jetzt gräbt er. Dinos of this era, such strange Kreaturen. Ah! Whoa! Sag mir bitte, dass der echt ist. Ach, das meinen die mit Kohle. Ich hab jetzt gedacht, Kohle im Sinne von Kohle. Den schnappen wir uns doch mal ganz schnell. Wow! Ein echter Diamant. Ein echter? Macht man aus Kohle Diamanten? Ähm, Erde? Kann ich da noch irgendwas machen? Naja, okay. Ist aber nicht schlimm. Dann gehen wir erst mal zurück und gehen noch mal zum Pfandhaus. Das war hier. Hallöchen. Mhm. Der weiß schon, was ich von ihm will. So, how do you like my diamond? Whoa! Expensive looking enough for you? Yeah, okay. That's a messively expensive looking diamond right there. I suppose you want a big bunch of money's for such an item, huh? That sounds about right. Sehr schön. Sehr schön. Ja, da kommt man sich so ein ganz klein wenig über das Ohr gehauen vor. Ein großer Haufen Moneten. Wir hatten doch noch, haben wir hier auch so ein Aufgabenheft, genau. Finde ein schickes Outfit, vervollständige das Dating-Profil, Hipster-Makeover, rote Brille. Ja, wir haben eine Brille, aber keine rote. Hipster-Makeover, rotes Karo-Hemd. Rotes Karo-Hemd. Wir haben doch ein Tischtuch. Können wir die irgendwie benutzen? Okay, let's see if I can make this thing a little more interesting. Ah, perfekt. Perfekt, kann ich das auch anziehen? Okay, anscheinend geht das nur bei dem anderen. Jetzt haben wir allerdings eine blaue Brille. Können wir da irgendwas mit dem Haarspray vielleicht machen? Mit den Patronen vielleicht? Man weiß es ja nicht. Okay. Sind die überhaupt voll? Black, empty. Oh. Cyan, empty. Magenta, empty. Yellow, empty. Mhm. Der hatte doch, der hatte doch Haarfärbemittel. Ähm, aber ich weiß nicht, ob das jetzt so funktioniert, wie ich mir das jetzt hier gerade zusammenfantasiere. Fantasiere, was auch immer. Ähm, Haarfärbemittel. Sorry, I'm keeping that bottle for my best customer. She usually needs a refill right about now. Können wir dann eventuell das kombinieren? I don't think so. Nicht, okay. Können wir das dann eventuell irgendwie mit der Brille kombinieren? Sorry, but no. Okay. Können wir denn hier noch irgendwo... Hatten wir das nicht schon? Excuse me. Could I have one of those computer sticks? Are you referring to the complimentary douchebag fashion branded USB keys? Mhm. The new kind that goes with the latest pineapple computers? Mhm. Ja, cool. Thank you. Pineapple USB-Stick. Ja, cool. Ähm, das haben wir schon mal ausprobiert. Hör auf, douchebag in waiting. Gucken wir hier nochmal eben. Ne, da war aber nur die Farb... Moment, was ist das? Gehen wir einen Schritt drüber. Ich denke, es ist nur für Dekoration. Du würdest das nicht sagen, wenn du hier gearbeitet hast. Mhm. Okay. Ja, also das scheint ja nicht so... Da haben wir auch soweit alles durch. Da ist jetzt nur der... Hm. Was ist der mit dem Ohrring? Da weiß ich immer noch nicht, wie ich den unterbrühe. Big, bright and shiny. Hm. Let's try something else, shall we? Gerne. I don't think so. Sorry, but no. Ähm. Let's try something else, shall we? Ich meine, das ist alles... Hat das natürlich nicht viel Sinn. Let's try something else, shall we? Aber... Wom habe ich eigentlich die Käseglocke? Ich glaube nicht so. Sie gehen nicht wirklich zusammen. Ich kombiniere einfach mal wild drauf los. Okay. Aber ich habe hier nichts, womit ich... Mit der Schaufel hätte ich es noch probieren können. Aber ich denke mal nicht, dass sie dafür jetzt wichtig wäre. Nee, da hatte ich auch nichts mehr drin. So, hier waren nur die ganzen Plakate. Die Schuhe denke ich mir mal, dass wir die auch noch brauchen werden. Wow. This is a bold piece. I'm gonna call this installment... Pedestrians dilemma... A dwelling. Stop it, man. You're killing me here. Sorry, but no. Das geht alles nicht. Die hatten wir, glaube ich, schon mal ausprobiert. Ich weiß ja nicht, was das mit der Glocke auf sich hat. Vielleicht können wir da nochmal gucken. Wieder, huh? Ja, probier nochmal. Ich glaube nicht, dass was drin ist. Okay, vielleicht können wir die jetzt mitnehmen. Wollt ihr, wenn ich das kann? Vielleicht später, Waiter. Okay, dem haben wir auch nichts Neues. See you around, Kid. Gucken wir nochmal drinnen. Was ist passiert, Boss? Nicht viel. Talk to you later, Boss. Mhm. Da ist uns auch nichts. Die können wir immer noch nicht nehmen, ne? Better leave it for the customers. Aber if I ever need some salt, I know where to find it. Aber irgendwas muss es doch mit denen... Kann man... Nee, das wäre total bescheuert, oder? Nein! Wollt ihr mich verarschen? Dann hätten wir zwei Sachen schon mal. Jetzt frage ich mich ernsthaft. Ja... Ja... Cyan und Gelb dann vielleicht? Ich weiß nicht. Mastard ist gelb. Senf ist gelb. Sure. Nee, echt jetzt? Hm. Black. Black. Empty. Cyan. Empty. Magenta. Empty. Yellow. Check. Okay. Ist die Frage, ob das jetzt irgendetwas bringt. Fuchsi. Kann man das nicht als Farbe irgendwie nehmen? Ja, ich weiß, ich weiß. Fernseher... Ich habe auch keine Fernbedienung mehr, ne? Die ist weggegangen, ja. In dem Moment, wo ich die benutzt hatte. Ja, jetzt haben wir ein Hemd. Jetzt haben wir... Ah, brauchten wir nicht sogar nur. Moment, jetzt muss ich nochmal nachgucken. Hipster-Make-up. Rote Brille, rotes Chaos. Äh, Chaos-Hemd. K.O.-Hemd. Große Haufen Moneten. Ja! Ah! Dann gehen wir nochmal zurück. In der Hoffnung, dass der eine Typ uns jetzt helfen kann. Ich habe irgendwie im Kopf gehabt, dass man drei Sachen machen musste. Ach, den haben wir auch noch immer hier, ne? Da wissen wir auch nicht. Können wir da irgendwas... Wahrscheinlich nicht, ja. Ich würde mir gerne so eine Art Angel zusammenbauen, aber... Ach, wir haben auch noch die Bananenschale, die unten drin liegt. Da müssten wir vielleicht auch noch was mitmachen. Ich weiß es ja nicht. Ah, die Douchbag in waiting. Got the stuff? Sure do. Oh! I love the shirt. Excellent cut. The glasses are fine too. If a bit sticky. Now, let me just count the money. Okay. One big bunch of monies. Done. Now, are you ready to unleash that in a Douchbag? Well, I suppose I am. Well then, let's get to work. Nach viel rumbasteleis später. Okay. Whenever you're ready, clue. Ah, Vigol. Impeccable. Power. Damn right, unfathomable. Also ich finde ihn genial. Ich meine, gut, der Bart, der sieht natürlich scheiße aus. Ne, gut, die rote Sonnenbrille. Ja, aber ansonsten, ich meine, Holzfallerhemd stehe ich jetzt nicht so drauf, aber die Tattoos sind geil und die Piercings sind geil. Ja, perfekt. Die Frage ist, was können wir jetzt noch machen? Wir haben, achso, das Datingprofil, genau. Da müssten wir erstmal wieder komplett zurück ins Büro. Und wenn ich mich richtig erinnere, glaube ich, musste man ein Foto machen oder sowas. Der hat doch irgendwie gemeckert, als wir mit dem, wie heißt er, mit dem Justin hier das erste Mal waren, dass er noch ein Foto machen muss oder so. Was ist denn mit dem USB-Stick? Wofür brauchen wir den? Hier war einer drin, oder? Ach nee, USB-Steckplatz. Ah. Hm, es würde total Sinn machen, für diesen Pineapple-Computer-Stick zu arbeiten, mit diesem Computerslot. Doch es scheint nicht zu fit. Wie? Es ist ein USB-Steckplatz. Wieso funktioniert der dann nicht? Hä? Es ist ein Pineapple-kompatible-Computer-Stick. Sorry, aber nein. Auch nicht. Okay. Hm. Kann der mir helfen? Ich denke, ich werde es anhalten. Ja. Dann gucken wir mal, was wir mit dem PC machen können. Der Profil braucht noch eine Profilfoto. Okay, also lasst uns das. Ein Foto später. Okay, so I'm not sure about this new douchebag-look, but the photo is now taken care of. I'd say the profile is done now. Hm, what was that? Whoa, the dating site is going nuts! People seem to be going bonkers over that profile picture. Ein paar Häuser weiter. Okay. Okay. I'm going to bag this guy before anyone else beats me to it. Oh, what's this? A lady with blue hair? Ding dong. No. Meet up for a drink at squids. Crikey. Date confirmed. Okay. Während sich Claude auf das Date vorbereitet, muss Justin noch etwas aufholen. Ja, das heißt, wir können jetzt nicht hin und her switchen zwischen Justin und Claude, sondern müssen auf jeden Fall mit ihm weitermachen. Ja, dann würde ich sagen, das ist doch jetzt so der perfekte Übergang, um hier erstmal einen kleinen Cut zu machen und dann die nächste Folge mit Justin weiterzumachen. Bis dann. Ciao.